Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS und willkommen zu diesem Tutorial. Ja, heute werden wir zum Mond fliegen. Ihr seht ja schon, die Landebeine angebaut. Wieder so gut wie dieselbe Rakete. Hier drei große Tanks und die Hawk-Düse. Dann die obere Stufe mit der Kapsel, einem großen Treibstofftank und dieses Reliant-Triebwerk. Und ja, damit fliegen wir heute zum Mond. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es hinkriege. Es war nämlich schon ein bisschen knapp. Danach habe ich noch ein bisschen Treibstoff hinzugefügt. Ihr seht unten rechts, Schub zur Masse 1,31 ist nicht so toll, aber ich denke mal, das wird schon klappen. Also, los geht's. Trittwerk an und los geht's. Schub zur Masse 2,31 ist nicht so toll. Höre, Scheu, Scheu, Scheu. 2,5 km, ich beginne mit der Drehung, 5 km, ich zeig da in diese Ecke. 10 km, ich zeig in die Ecke vom Bildschirm, jetzt nehme ich ein bisschen Schub raus. Falls ihr fragt, woran ich das sehe, guckt euch an, wie die Geschwindigkeit steigt und wenn sie euch ein bisschen zu stark steigt, dann macht einfach ein bisschen Schub weg. So, wir würden schon in den Weltraum kommen, deshalb habe ich jetzt erstmal die Düse ausgemacht. Wir sind im Weltraum, jetzt mache ich die Düse wieder an, weil wir ziemlich dicht an der Apoapses sind. So, die, na komm, die zweite Stufe zündet. Ich sehe leider nicht mehr die Apoapses, das ist ein bisschen doof. Habe ich aber auch, glaube ich, in vielen meiner Videos schon erwähnt. Da ist sie. Einfach mal ein bisschen warten. So, da haben wir auch schon ein Orbit. Und jetzt fliegen wir zum Mond. Na ja, noch nicht ganz. Wir hätten direkt schon einen Weg zum Mond. Aber er ist nicht ganz effizient. Ich erkläre es euch. Ihr seht ja hier diesen Bogen von unserer Fluglinie, diesen gestrichelten Bogen. Und die maximale Höhe ist höher als die Umlaufbahn vom Mond. Deshalb ist das ineffizient. Und wir können einfach einmal warten. Ihr seht auch, da steht plus 671,7 Meter pro Sekunde. Und es steigt halt. Das verbraucht dann immer mehr Treibstoff und wird auch immer ineffizienter. Deshalb wartet lieber mal eine Runde. So, jetzt ist es wieder zurückgesprungen auf den normalen Transfer. So, dann einmal ausrichten. Und schon kurz vorher anfangen, die Düse zu zünden. Das macht das Ganze noch ein bisschen effizienter. Ihr seht jetzt sind da nur noch so 550 gewesen. Eben waren es noch 670. Das hat das Ganze ziemlich effizient gemacht. Und das werden wir auch brauchen. Denn es wird nicht viel Treibstoff übrig bleiben. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe es schließlich eben schon mal ausprobiert. Und auch aufgenommen. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ja. Immer schön in die Richtung vom Pfeil zeigen. Dann klappt das. So. Ich. Äh. Achja. Huch. Da war das. Da bin ich gescheitert. Ich bände mal schnell die Mission. So. Ich habe vor, einen Direktanflug zu machen. Das heißt, ich mache keinen Mondorbit oder so. Sondern ich lande direkt auf dem Mond. Das spart eine Menge Treibstoff. Und da sind wir auch schon ziemlich schnell unterwegs. Keine Angst. Denkt jetzt nicht, ich bin verrückt oder so. Es ist alles in Ordnung. Und ich warte mal bis drei Kilometer. Und dann zünde ich mal die Düsen. So. Wir müssen warten bis unsere horizontale Geschwindigkeit, also der Pfeil da rechts ungefähr bei Null liegt. Das mache ich jetzt mal schnell mit den RCS Düsen. Das heißt, dann fliegen wir ganz gerade auf den Mond zu. Mal gucken. Diese 0,2 interessieren uns auch nicht wirklich. Es ist ja kaum etwas. So. Dann zoomen wir mal raus. Da ist auch schon der Mond. So. 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 Dann warten wir erstmal eine Weile. Dann warten wir erstmal eine Weile. Der Mond hat nämlich nicht so eine große Anziehungskraft wie die Erde. 1,6 mal. So groß. So. da 100 Kilometer zünde ich die Düse nochmal. So. Und dann können wir quasi mit den RCS diesen landen. sehen. Und da haben wir es auch schon. Wir sind auf dem Mond gelandet. Ja. Ich mache mal schnell einen Screenshot davon, damit ich irgendwas für das Thumbnail habe. 15% Treibstoff. Mal gucken, was ich damit machen kann. Also. 10% Schub. Sonst muss ich nämlich die Aufnahme nochmal starten. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Abbildャeras. So, knapp über 5 Kilometer kommen. Ab dem Zeitpunkt kann man dann den Zeitraffer verwenden. Das bedeutet aber, dass wir jetzt eine Weile warten müssen. Solange können wir uns ja noch ein bisschen den Mond angucken. Sieht leider nicht so aus wie der echte Mond. Ich frage mich auch, warum man nicht einfach so ein echtes Mondbild nimmt und dann da einfach so reinklatscht. Ich meine, der Mond hat ja eine gebundene Rotation, das heißt, er zeigt immer mit einer Seite zur Erde. Das heißt auch, dass man einfach dieses eine Bild nehmen kann. Und das überall auf der Welt gültig ist quasi. Na egal. Schluss mit dem Smalltalk. Wir haben 5 Kilometer erreicht. Da, 5 Kilometer. Und dann machen wir uns an unsere, ähm, an unseren Orbit. Mondorbit. Oh Mann. Das war nicht so toll. Äh. Ich krieg's noch hin, oder? Ich weiß es nicht. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein. So, diesmal warte ich nicht, äh, diesmal warte ich bis das auftaucht. Und wir brauchen nämlich nicht so viel davon. Es hat tatsächlich geklappt. Ich hatte genügend Treibstoff. Na jetzt ist auch schon leer, aber wir kommen wieder zurück auf die Erde. Und da sind wir auch schon in der Atmosphäre. Schnell abdocken, sonst prallen wir noch mit dem ganzen Zeug auf den Boden. Wir sind ziemlich schnell. Eineinhalb Kilometer pro Sekunde. Das ist aber auch gut so. Ja, da sind wir, segeln langsam in Richtung Erde. Wir haben's geschafft, wir waren auf dem Mond, ja, kann man so sagen. Und, äh, das war's auch mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like, Daumen, Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.